Nachdenkseiten Die kritische Website Nun muss sich die Linkspartei einen neuen Sündenbox suchen. Ein Kommentar von Jens Berger Die Ankündigung Sarah Wagenknechts, nun zusammen mit politischen Weggefährten eine neue Partei zu gründen, wurde von ihren Gegnern innerhalb der Linkspartei zumindest nach außen hin weitestgehend positiv aufgenommen. Doch dieser Zweckoptimismus ist fehl am Platz. Nun muss sich die Linkspartei ehrlich machen. Hatte man in den letzten Jahren mit Sarah Wagenknecht stets einen Sündenbock für die immer schlechteren Wahlergebnisse parat, wird es künftig schwer, die Schuld für das eigene Versagen bei anderen zu suchen. Doch die Linkspartei wäre nicht die Linkspartei, würde sie ihre Zukunft im Parteien-Sammelbecken sonstige selbstkritisch akzeptieren. Neuer Streit ist vorprogrammiert. Wer nun die Rolle des Sündenbocks übernehmen wird, ist freilich noch undklar. Wahrscheinlich wird es wieder Sarah Wagenknecht sein. Doch das ist dann auch egal. Wie heißt es so schön? Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Die Agonie der Linkspartei war ein Schrecken ohne Ende. Und wenn man Sarah Wagenknecht und ihren Mitstreitern etwas vorwerfen muss, dann ist es wohl, dass sie die zerstörerische Energie ihrer Gegner viel zu lange unterschätzt und die Chance auf eine Selbstteilung der Partei überschätzt hatten. Nicht erst in den letzten Jahren licht die Linkspartei einer Schlangengrube, in der auf Funktionärsebene Intrigen gesponnen wurden, gegen die selbst die Höflinge in einem Shakespeare-Drama wie integre Idealisten wirken. Der Fisch stinkt vom Kopfe her. Es war vor allem der Parteivorstand, der den politischen Gegner nicht in anderen Parteien, sondern vor allem in den eigenen Reihen verortete. Aufrechte Linke verloren so ihre politische Heimat. Oft junge Nachwuchskräfte, deren Identitätspolitik wichtiger war als die inhaltlichen Wurzeln ihrer Partei, rückten nach und veränderten die Partei nachhaltig. Mit der Partei, die als Zusammenschluss von PDS und WASG 2009 das erste Mal unter dem Namen Die Linke bei Bundestagswahlen antrat und mit den Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine und Gregor Gysi immerhin 11,9 Prozent der Stimmen holte, hat die derzeitige Linkspartei nur noch den Namen gemeint. Der Niedergang war ein schleichender Prozess. Doch wenn man einen einzigen Wendepunkt definieren will, dann war es wohl die Wahl von Katja Kipping und Bernd Riexinger zum Parteivorsitz im Juni 2012. Unter ihrer Ägide stürzte die Partei, die in fast allen Landesparlamenten vertreten und in den ostdeutschen Ländern und im Saarland sogar den Rang einer Volkspartei hatte, jäh ab. Die Linkspartei spielt heute bundespolitisch keine Rolle mehr, ist nur noch in den westdeutschen Stadtstaaten und im Osten in den Landtagen vertreten, dort aber, den Sonderfall Thüringen ausgenommen, nur noch als 10-Prozent-Partei und weit entfernt vom Volksparteienanspruch vergangener Tage. Noch nicht einmal in Zeiten großer politischer Unzufriedenheit kann Die Linke als Oppositionspartei punkten. Stattdessen wird ausgerechnet die rechte AfD als Alternative wahrgenommen und hangelt sich von einem Umfragehoch zum nächsten. Fragt man die für den Absturz verantwortlichen Parteigranten, so fällt die Erklärung immer gleich aus. Schuld an den schlechten Ergebnissen sei einzig und allein Sarah Wagenknecht. Weder Ochs noch Esel können offenbar die intellektuelle Erosion der Partei aufhalten. Bemerkenswert ist dabei vor allem der nach außen demonstrierte Selbstbetrug und die vollkommen fehlende Selbstkritik. In der Person Sarah Wagenknecht scheint man vielmehr den idealen Sündenbock gefunden zu haben. Die Wähler laufen demnach nicht etwa in Scharen davon, weil die Linkspartei mit ihrer politischen Fokussierung auf die Interessen und Positionen junger Akademiker in den Großstädten ihre klassische Wählerschaft nicht mehr anspricht und mit ihrem, nennen wir es mal freundlich, Schlingerkurs bei Themen wie Corona, Außen- und Sicherheitspolitik und Energiepolitik einem großen Teil der Wählerschaft massiv vor den Kopf stößt. Nein, die Wähler laufen weg, weil Sarah Wagenknecht die Parteistrategen daran erinnert, dass ihr Kurs selbstzerstörerisch ist. Don't shoot the messenger. Man sollte nicht den Überbringer schlechter Nachrichten für den Inhalt verantwortlich machen. Doch das haben die Verantwortlichen der Linkspartei bis heute nicht gelernt. Aber das ist ja nun zum Glück vorbei. Nach der Neugründung ihrer Partei kann Sarah Wagenknecht ja wohl kaum mehr für die kommenden schlechten Ergebnisse der Linkspartei verantwortlich gemacht werden. Schließlich scheint die Parteispitze ja von der Richtigkeit ihrer Politik überzeugt zu sein. Dann wird sie aber künftig auch die politische Verantwortung übernehmen müssen, wenn der Wähler das anders sieht. Das hat man bislang ja dank des Sündenbocks Wagenknecht vermeiden können. Wenn die Linkspartei sich also künftig im Westen nicht mehr mit Grünen, SPD, CDU, FDP oder AfD, sondern quantitativ mit der Tierschutzpartei Volt oder der ÖDP messen lassen muss und im Osten mit der 5-Prozent-Hürde kämpft, dann kann man dafür schwerlich Sarah Wagenknecht, sondern einzig und allein die Parteiführung selbstverantwortlich machen. Dann wird sich auch zeigen, wie geschlossen die Reihen hinter der erratischen Linie der Parteiführung stehen. War bislang Sarah Wagenknecht als gemeinsames Feindbild noch der Kitt, der den Rest des Ladens zusammenhielt, werden die Bruchlinien nun offen zutage treten. Denn außer ihrem offenen Hass auf Wagenknecht haben die drögen Thüringer Butterstullen Linken rund um Bodo Ramelow so ziemlich nichts mit den ultralinken Antifa-Jugendlichen aus westdeutschen Metropolen gemein. Da ist Streit vorprogrammiert. Aber wen soll man dann dafür verantwortlich machen? Wenn die neue Partei von Sarah Wagenknecht beispielsweise bei den kommenden Europawahlen deutlich vor der Linkspartei abschneidet, wäre es ja, zumindest gemäß der Aussagenlogik der Parteigranten, nicht möglich, Sarah Wagenknecht für das schlechte Abschneiden der Linken verantwortlich zu machen. Denn nach den eigenen Aussagen wurden potenzielle Linkenwähler ja bislang nur durch die Leibhaftige persönlich davon abgehalten, ihr Kreuz bei der Linken zu machen. Würde dies stimmen, müsste die Linke ja bei den Europawahlen ihr Rekordergebnis holen. Wir wissen sicher alle, dass eher das genaue Gegenteil der Fall sein wird. Und ich setze 100 Euro darauf, dass man dann allen geistigen Verdrehungen zum Trotz wieder Sarah Wagenknecht für das eigene Versagen verantwortlich machen wird. Gelernt ist schließlich gelernt. Halten Sie dagegen? Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören. und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.